Also ich freue mich am 4. August mit euch gemeinsam die Nibelungen-Festspiele in Worms zu eröffnen. Wir werden 16 Vorstellungen spielen, das heißt ihr habt 16 Gelegenheiten nach Worms zu kommen, um das Stück zu sehen. Und ich würde mir wünschen, gemeinsam mit euch, mit dem Publikum und dem, was auf der Bühne passiert, die Bühne zum Glühen zu bringen. Zu dem Stück Glut von Albert Ostermeyer. Untertitelung des ZDF, 2020